Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Tutorial. In diesem Video würde ich dir gerne zeigen, wie du mit Klicks Geld verdienen kannst über die Plattform InfluSend. Ich möchte dir eine Anleitung geben, wie du Klicks auf diese Links, die du praktisch mit anderen Leuten teilst, generieren kannst und vor allen Dingen, wie du deine ersten Einnahmen mit dieser Plattform erzielst. Mehr dazu gibt es aber gleich nach dem Intro. Was genau ist InfluSend? InfluSend ist eine Plattform, auf der du dich als Influencer anmelden kannst und keine Sorge, du musst kein großer Influencer sein. Übrigens, es gibt keine wirklichen Bestimmungen, um dich hier anzumelden. Das heißt, du musst jetzt keine 1000 Follower auf Instagram haben oder eine E-Mail-Liste von 20.000 Leuten haben oder irgendwie 100.000 Likes auf Facebook haben. Das brauchst du alles nicht. Du kannst auch mit einem Follower oder theoretisch null Followern hier anfangen. Mach dir um die Reichweite erstmal keinen Kopf. Ich möchte nämlich sowieso hier in diesem Video vier unterschiedliche Strategien zeigen, mit denen du dir Reichweite aufbauen kannst. Um es kurz nochmal zu erklären, was genau ist InfluSend. InfluSend ist eine Plattform, die dir die unterschiedlichsten Beiträge zur Verfügung stellt. Und wenn du diese Beiträge mit anderen Leuten teilst und Leute klicken auf den Link, den du mit anderen Leuten teilst, dann kriegst du halt dafür eine bestimmte Summe Geld. Das heißt, es gibt praktisch einen Inhalt hier auf InfluSend. Du generierst für diesen Inhalt einen Link, schickst ihn an andere Leute weiter. Leute klicken auf diesen Link drauf und dann erhältst du dafür Geld. Wie viel Geld kann man hier verdienen? Man verdient derzeit 30 Euro für 1000 oder mit 1000 Klicks. Das ist übrigens für die meisten YouTuber besser als YouTube. Nämlich in meinem Fall, ich habe ja ungefähr eine sogenannte CPM von, ich glaube, 37 Euro derzeit. Das heißt, ich kriege praktisch für 1000 Klicks, kriege ich 37 Euro. Dafür, davon nimmt sich natürlich YouTube noch einen ordentlichen Teil. Und bei InfluSend ist es so, dass ich halt für 1000 Klicks 30 Euro bekomme, was dann eigentlich praktisch fast sogar besser wäre. Genau. Schauen wir uns mal vielleicht ein paar Statistiken hier an. Nämlich über 10.000 Influencer arbeiten bereits mit InfluSend zusammen. Das heißt, das ist keinesfalls eine kleine Plattform. Dann, wie ich gerade schon sagte, 30 Euro für 1000 Klicks im Durchschnitt. Und dann 6000 plus Inhalte stehen bereit, die geteilt werden können. Das sind alle möglichen Inhalte. Zum Beispiel hatte ich auch erst gestern Inhalt gesehen, wo es rund ums Thema Haarverlust ging. Zum Beispiel, das wäre eine ganz interessante Nische, weil du an Leute rantreten kannst, die möglicherweise damit Probleme haben. Das war, glaube ich, ein Artikel für Männer. Und du könntest jetzt sagen, hier, schau mal, wie gesagt, da ist ein Artikel. Dann klicken Leute drauf und du würdest halt dann für jeden Klick Geld bekommen. Du kriegst dein Geld ausgezahlt via PayPal oder via Banküberweisung. Das heißt, das sind die beiden Optionen, die du hier hast, was ich persönlich ganz schön finde. Dann vielleicht noch hier unten, wie gesagt, es gibt einen Content-Katalog. Nämlich, du kannst dann praktisch zwischen unterschiedlichen Arten von Inhalten wählen und kannst diese dann über praktisch einen Link mit anderen Leuten teilen. Du kannst natürlich diese Links einfach so teilen, kannst sie beispielsweise noch ein bisschen kürzer machen, indem du halt unten URL-Shortener nimmst. Das geht natürlich auch, aber genau, eigentlich ist das gar nicht mal so extrem wichtig. Ich wollte mir mit dir vor allen Dingen aber vier unterschiedliche Wege angucken, die es dir erlauben, Reichweite aufzubauen. Und mit denen beginnen wir jetzt mal. Gehen wir mal davon aus, dass wir tatsächlich diese Nische hier behandeln werden. Nämlich praktisch die Nische, dass eine Person jetzt irgendwie Probleme mit Hausverdauer hat. Vielleicht ist das ein Mann, sagen wir mal im Alter 40, 50 ungefähr, sag ich jetzt mal, ist die Zielgruppe. Vielleicht sogar schon ein bisschen jünger. Vielleicht so um die 30 fängt es sicherlich schon bei vielen, vielen Männern an. Und das mal sagt, so vielleicht 30, 40, 50, das ist so meine typische Zielgruppe. Und diese Leute wollen wir halt probieren, irgendwie zu targetieren. Und eine Plattform, die sich da zum Beispiel ganz gut lohnen würde, ist die Plattform Cora. Übrigens, die Inhalte, die du auf Influcent dir nehmen kannst, das sind Inhalte, die im deutschsprachigen Bereich oder die deutsch sind. Es gibt welche, die sind englisch und so weiter und so fort. Also du kannst auch damit wirklich international gehen, wenn dir beispielsweise der englischsprachige Bereich besser liegt als der deutschsprachige Bereich. Und hier würde ich jetzt zum Beispiel irgendwie eingeben, sagen wir mal, Hair Loss. Und da sehen wir bereits, gibt es halt haufenweise Themen genau oder haufenweise Fragen genau zu diesem Thema. Zum Beispiel, what is the best treatment for hair loss? How do I control hair loss and simultaneously increase hair growth? How do I reduce hair loss problems naturally? Und so weiter und so fort. Und wenn wir wollen, können wir zum Beispiel einfach mal diese ganzen Fragen hier öffnen. Zum Beispiel diese beiden hier. Und da sehen wir bereits, es gibt natürlich haufenweise Antworten. Wir können aber halt auch auf diese Frage nochmal weiter antworten. Dazu klicken wir einfach hier auf Answer und können dann hier unsere Antwort eintragen. Cora ist immer noch eine von den Plattformen, die es erlaubt, Links zu integrieren. Das heißt, ich könnte beispielsweise sagen, hey, wenn du noch ein paar weitere, wenn du irgendwie Hilfe brauchst, wenn du vielleicht weitere Informationen haben möchtest rund ums Thema Hair Loss oder rund ums Thema irgendwie Hair Treatment oder was auch immer, dann klickt doch einfach mal hier auf diesen Link. Und dann werden Leute weitergeleitet zu diesem Inhalt und ich kriege dann halt für jeden einzelnen Klick Geld. Und das Schöne ist, diese Links bleiben auch sehr, sehr lange auf Cora. Und Cora vor allen Dingen entfernt auch nur sehr wenige Antworten, muss man ehrlich zugeben. Und dementsprechend ist es halt eine perfekte Traffic Credit. Wir können ja mal schauen, wie viel Reichweite dieser Post hier bisher bekommen hat. Dieser Post hat insgesamt, schauen wir mal an Reichweite bekommen, 79.200 Views, was natürlich wirklich wirklich stark ist, und 258 Upvotes, das ist wirklich nicht wenig und es kann halt sehr gut sein, dass wenn du eine gute Antwort schreibst, dass du möglicherweise genauso viel Reichweite bekommst. Und nehmen wir mal an, du kriegst tatsächlich dadurch 20, 30, nicht 20, 30, sagen wir mal 2.000, 3.000 Klicks. 2.000, 3.000 Klicks, dann wären das schon 60 bis 90 Euro für eine ordentliche Antwort. Und viele von euch werden sicherlich sagen, naja gut, das ist zwar ganz ordentlich Geld, aber so eine Antwort schreiben, das dauert doch relativ lange. Ihr habt aber einen großen Vorteil, nämlich es gibt sehr viele Fragen, die sich sehr ähnlich anhören und ihr könntet auf diese ganzen unterschiedlichen Fragen die ungefähr selbe Antwort geben. Nämlich, wenn wir mal hierüber in die rechte obere Ecke gehen, dann werden wir natürlich sehen, dass es doch alle möglichen Fragen gibt, die sehr ähnlich sind zu dieser Frage. Zum Beispiel, do you know a hair fall remedy that actually worked? Can hair regrow after hair falls out? Is we care? Und so weiter und so fort. Also, es gibt hier relativ viele Fragen, die halt sehr, sehr ähnlich zu dieser Frage hier sind. Und da könnten wir einfach die Antwort, die wir hier reingeschrieben haben, auch auf diese ganzen anderen Fragen hier, oder könnten die als Antwort für diese ganzen anderen Fragen hier auch nehmen. Das ist schon mal eine Strategie, die du verwenden kannst, um Reichweite aufzubauen und ich denke, die ist relativ simpel. Dann, die zweite Strategie ist die folgende, nämlich sich beispielsweise eine eigene Gruppe aufzubauen oder in Gruppen reinzuposten, die halt diesbezüglich relevant sind. Zum Beispiel, ich habe alle möglichen Gruppen, die halt ziemlich groß sind. Zum Beispiel, diese Gruppe hier ist übrigens auch von mir. Udemy in Skillshare, 100% Free Coupons, 3428 Mitglieder. Und ich kann natürlich hier haufenweise Links rein spammen und dementsprechend, ja, dann Leute dazu bringen, dass sie halt klicken. Ich kann natürlich aber auch nach Gruppen suchen, zum Beispiel zum Thema Hair Loss. Oder ich könnte zum Thema, sagen wir mal, wir teilen irgendwelche Inhalte für schwangere Frauen. Dann könnte ich vielleicht gucken, dass es Gruppen zu diesem Thema gibt und dort rein könnte ich dann die Links posten. Bei Facebook muss man so ein bisschen vorsichtig sein, dass man nicht schnell geblockt wird. Es kann gut sein, dass wenn man zum Beispiel irgendwie in 20, 30 Gruppen am Tag diese Links postet, dass man dann möglicherweise vom Facebook-Algorithmus geblockt wird für einige Zeit, dass man also praktisch für zum Beispiel irgendwie erstmal einen Tag nichts posten darf und dann für 14 Tage nicht und dann vielleicht für 30 Tage nicht oder wie lange auch immer. Ist aber auf jeden Fall eine weitere Strategie, die funktioniert. Dann, was du auch machen kannst, ist, du kannst bei Instagram, kannst du die Hashtags nutzen. Das heißt, du kannst beispielsweise, sagen wir mal, den Hashtag irgendwie Hair Loss oder was auch immer eingeben und schaffst es dadurch natürlich, Leute zu erreichen, die sich genau für dieses Thema interessieren. Zum Beispiel nehmen wir an, du teilst jetzt auf Influcent irgendeinen Artikel rund ums Thema Food. Dann kannst du natürlich Fotos posten auf deinem Instagram-Account, machst den Hashtag Food in deine Fotos rein und gleichzeitig auch nochmal einen Link. Das heißt, wenn Leute auf die jeweiligen Bilder draufklicken, können sie halt auch auf den Link draufklicken und würden dir damit ein wenig Geld geben. Und dann noch eine weitere, eine letzte Strategie ist die folgende, nämlich Medium. Medium ist eine Plattform, auf der du Artikel publizieren kannst. Das ist einfach nur eine Blogging-Plattform und du kannst hier deine Artikel teilen mit anderen Leuten, kannst in diese Artikel so viele Links, wie du möchtest, integrieren und kannst dementsprechend natürlich auch auf diese Artikel aufmerksam machen und für diese Artikel Klicks generieren und damit natürlich auch wieder Geld verdienen. Das Ganze ist ziemlich einfach. Du gehst einfach hier oben drauf, dann anschließend dann klickst du hier auf New Story und kannst dann hier direkt damit anfangen, deinen Artikel zu schreiben und schaffst es halt dadurch, genau, über die Artikel Reichweite aufzubauen. Übrigens, Medium bietet organische Reichweite, das heißt, die bauen für dich Reichweite auf und dein Artikel wird halt hoffentlich über die Plattform gefunden und es wird damit halt, ja, Reichweite für deinen Artikel erzeugt oder für dein praktisch den Link erzeugt, den du im Artikel drin hast. Gut, das war es aber heute hier für dieses Video. Wenn du dir mit mir ein persönliches Coaching buchen möchtest, dann schau doch gerne mal in die Videobeschreibung rein. Danke nochmals und ich hoffe, dass wir uns bald in einem von meinen anderen Videos wiedersehen können. Danke nochmals und ich hoffe, dass wir uns bald in einem anderen Videos wiedersehen können. Danke nochmals.